Leute, 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 es gibt mal wieder einige Themen rund um unseren FCH, wir werden natürlich darauf eingehen, zuallererst hoffe ich, ihr startet gut ins Wochenende, es ist ja Freitag, da hat man dann eigentlich immer nochmal ein bisschen bessere Laune, obwohl wenn man die ganzen Themen sieht, ich weiß nicht, da könnt ihr natürlich dann gerne auch wieder euren Senf dazugeben, immer ganz ganz wichtig, danke auf jeden Fall an jeden Support und ja komm, wir wollen auch direkt starten mit dem allerersten Thema, das ist auch nur kurz und knapp, wir haben eine neue Kabine, unser FC Hansa hat in der Sommerpause nochmal richtig aufgerüstet, sieht hammermäßig aus, eigentlich eines Erstligisten würde ich, da will ich auch nochmal reinschauen, rau und ungeschliffen wie unsere Kogge, neuer Kabinentrakt für die Hansa Profis, nach über 20 Jahren wurde das Ganze neu gemacht und alleine das Logo an der Decke mit den passenden LEDs und Lichtabstimmung einfach nur Hammer, sensationell geil, mehr kann ich nicht sagen, genutzt wurden auch alte Poller, der Neptun werft, jahrelang wurden da mit Schiffe ins Wasser, der war nur gelassen, also besser geht's nicht, regional, ich packe euch mal den Link in die Beschreibung, falls ihr euch das nochmal komplett anschauen möchtet, wie da gearbeitet wurde, wie das Ganze vorher aussah, die meisten haben es auch schon gesehen, ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen, weil es halt wirklich einfach gut aussieht und jetzt geht's natürlich zu den anderen Themen, die euch vielleicht ein bisschen mehr interessieren und zwar unser Ausstiegsheld, Bentley Bexerbahn hat tatsächlich einen neuen Verein höchstwahrscheinlich gefunden, denn er wird zum Drittligisten Waldhof Mannheim wechseln, die natürlich Aufsteigerpotenzial haben in der Dritten Liga, ne, das ist so eine Mannschaft, die auf jeden Fall in der oberen Hälfte mitspielt, Bentley Bexerbahn aka Triple B, wie ich auch immer so schön sage, ist halt wirklich unser Ausstiegsheld gewesen, entscheidender Elfmeter gegen Lübeck damals sicher verwandelt und ja, dem gönne ich nur das Beste, dass er einen geilen, guten Verein findet und mit Waldhof Mannheim macht er denke ich nichts verkehrt, 81%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Wechsel durchgeht, ist eigentlich der perfekte Box-to-Box-Spieler im Mittelfeld, ich fand's ein bisschen schade, dass er bei uns aussortiert wurde, vor allem als Backup ist er eigentlich immer noch, meiner Meinung nach, Zweitliga-tauglich, aber in der Dritten Liga muss man schon sagen, hat er dann auf jeden Fall die Stammplatzgarantie und er will spielen und ich glaube, das passt eigentlich perfekt, sollte jetzt ein Waldhof Mannheim-Fan zuschauen oder sowas, Grüße gehen raus, ihr habt alles richtig gemacht mit Bentley Bexerbahn, also der wird euch zu 100% bin ich mir eigentlich sicher weiterhelfen können mit seinen Qualitäten im Mittelfeld, seiner Laufbereitschaft, das ist ein wirklich guter Unser Torwart-Trio ist jetzt komplett mit Max Hagemoser, der 19-Jährige, kam von der U19, vom 1. FC Köln, wird eher in unserer U23 gesetzt sein, in der 2. Mannschaft, aber ist natürlich gebürtiger Güstrohr, heißt auch mal ein bisschen hier auf den Nachwuchs gucken, das habt ihr auch in den Kommentaren reingeschrieben gehabt, das wäre toll, wenn wir einen dritten Keeper haben, der ja auch von uns kommt, sage ich mal und ja, das haben wir mit dem Max auf jeden Fall, denke ich, ganz gut gemacht und wer weiß, vielleicht in den nächsten 5 Jahren oder sowas wird er es dann vielleicht schaffen, mal ein Profispiel zu absolvieren oder vielleicht auch sogar schon früher, keine Ahnung, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, gib Gas und auch wenn er ein bisschen Verletzungspech hatte, hoffe ich natürlich, dass er davon jetzt erstmal verschont bleibt und dann auch in unserer 2. Mannschaft schon mal ein bisschen was reißen kann laut Hertel soll Kölke auch die Nummer 1 erstmal bleiben, aber der Nils-Jonathan Körber, der ja von Hertha kam, der hat natürlich auch Bock und ich denke, Konkurrenzkampf belebt das Geschäft, also warum nicht, haben wir da, denke ich, 3 gute Keeper gefunden Björn Rother wechselt höchstwahrscheinlich zum Drittliga-Aussteiger Rot-Weiß-Essen das Ganze soll schon fast durch sein, 77% ist da die Wechselwahrscheinlichkeit ich kann es mir vorstellen und würde es ihm auch wünschen, dass er dort seinen Frieden findet, einen Stammplatz bekommt und sagen wir es einfach mal so, Björn Rother in der 3. Liga, ein absoluter Baum, ja, also wirklich auf der 6 hat er da alles weggeholt, es reicht vielleicht noch nicht ganz für die 2. Liga, deswegen hat er auch nicht so viele Spiele bei uns gemacht aber er ist wirklich für jeden Drittligisten ein Gewinn, das kann man einfach nur so sagen und ja, wer ihn sich holt, macht auf jeden Fall alles richtig ich bin gespannt, wie er sich dann dort entwickelt, sollte das Ganze dann irgendwie fix und durch sein lassen wir uns überraschen und zu guter Letzt kommen wir wohl jetzt zum wichtigsten und interessantesten Thema ja, ich bin ein bisschen traurig Timo Becker wechselt zum Ostseekonkurrenten Holstein Kiel an die Kieler, ihr habt alles richtig gemacht kann man einfach nur so sagen, der Timo ist einer der besten Rechtsverteidiger der Liga hat uns in den 14 Spielen als seiner Winterpause kam wirklich sehr geholfen hinten drin sicher zu stehen er hat einen sehr sehr großen Anteil daran, dass wir die Klasse halten konnten kann man anders einfach nicht sagen ich habe ja auch Kontakt mit ihm gehabt, er wollte sich bei Schalke durchsetzen jetzt hat man gehört, dass Schalke anscheinend nicht mehr mit ihm geplant hat ich kann mir vorstellen, dass es finanziell Kiel einfach nochmal ein bisschen besser geht als uns und ihnen wahrscheinlich dann nochmal ein besseres Angebot gemacht hat vor allem muss man ja auch sagen, wollte Hansa überhaupt die 450.000 Euro Ablöse zahlen konnten sie es, wollten sie es, ich weiß es nicht das Gehalt wird wahrscheinlich auch dementsprechend bei Kiel ein bisschen besser gewesen sein sehr sehr schade, muss man einfach sagen Timo, absolut sympathischer Junge, er hat denke ich auch noch Ambitionen mal wieder in die erste Liga zu gehen vielleicht hat er da auch mehr Chancen bei Holstein Kiel gesehen aktuell noch, vielleicht in nächster Zeit dann nicht mehr dass wir dann vielleicht da die Oberhand gewinnen er wollte sich nochmal durchsetzen bei Schalke das hat dann leider nicht funktioniert weil man angeblich dort nicht mehr mit ihm plant bedeutet, er war frei auf dem Markt verfügbar und jetzt kommt natürlich das Thema auf wie, warum hat sich Hansa da nicht bemüht haben sie sich überhaupt bemüht oder konnten sie und wollten sie nicht so viel bieten wie es Holstein Kiel gemacht hat das sind natürlich Hintergrundinfos wo ich jetzt auch nicht Bescheid weiß Kiel hat ihn auf jeden Fall fest verpflichtet er bekommt einen Vertrag bis 2025 ich denke mal sie werden die Ablöse von 450.000 Euro laut Transfermarkt gezogen haben natürlich stellt man sich jetzt die Frage auch als Hansa Fan warum, wieso, weshalb ja, haben wir da vielleicht gar kein Angebot gemacht oder hat Hansa ein Angebot gemacht und es ist zu wenig gewesen Kiel hat uns ausgestochen ist Kiel nochmal interessanter als unser FCH vielleicht muss man sagen aktuell noch ja von den Fans her und so weiter ist das immer nochmal was anderes aber ich kann mir schon vorstellen dass es finanziell ein bisschen attraktiver bei Holstein Kiel gewesen ist man hat es ja auch auf der PK gehört dass Piekehagen ein bisschen unzufrieden war mit der Kaderplanung aktuell dass er es sich einfacher vorgestellt hat vielleicht nochmal den ein oder anderen Spieler mehr überzeugen kann das ist anscheinend hier leider nicht passiert ich kann mir vorstellen dass Hansa vielleicht gar nicht die Ablöse zahlen wollte von 450.000 Euro will hier natürlich nichts Falsches sagen aber dann muss man halt auch ja, sich die Frage stellen warum hat man das denn nicht gemacht das ist ja deutlich nochmal bezahlbarer als ein Danilo Sikan mit 1,5 Millionen und man braucht so ein Timo Becker eigentlich in der Mannschaft er ist flexibel auf rechts in der Rechtsverteidigung einsetzbar sowie in der Innenverteidigung das wäre eigentlich der perfekte Transfer bei uns wir haben als Linksverteidiger aktuell den Strauß von Aue der neu gekommen ist und Lukas Schärf da muss man mal wirklich gucken wie die sich überhaupt in der 2. Liga so machen auf RV natürlich absolut gesetzt NN7 Nico Neidhardt der natürlich da auf LV gespielt hat und Timo Becker auf RV also die perfekten Außenverteidiger hatten wir muss man ja einfach mal so sagen aber das war es dann auch schon auf der Rechtsverteidigerposition ich glaube Julian Riedl könnte es theoretisch auch noch spielen könnte da dann nochmal einspringen aber mit Timo Becker da hast du dann auch einen Spieler der eventuell dann auch in der Innenverteidigung mal ran kann sollte ein Malone, Rosbach oder so mal gesperrt sein das sind ja eigentlich so unsere Stamm-Inverteidiger würde ich einfach so sagen dass man da vielleicht dann einfach mitbieten hätte müssen finde es wie gesagt sehr sehr schade vor allem weil wir alle Timo ins Herz geschlossen haben er ein absoluter ja Topspieler bei uns gewesen ist und da hätte man vielleicht doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen jetzt fragt man sich immer so hat Hansa denn überhaupt das Geld aber 450.000 Euro wie gesagt ist meiner Meinung nach nochmal bezahlbereit sind Danilo Siegert für 1,5 Millionen und wenn man jetzt mal so blöd rechnet klar ich bin kein Finanzexperte und keine Ahnung aber ich habe jetzt mal gerechnet wir haben über 13.500 Dauerkarten schon verkauft glaube ich oder 13.000 habe ich mal gerechnet müssten ungefähr 4 Millionen Einnahmen sein durch Dauerkarten da wären doch die 450.000 eigentlich drin gewesen aber gut das ist jetzt irgendwie Laberei Finanzexperte Max an alle Kieler Fans ich weiß ja ab und zu schaut der ein oder andere mal rein ihr habt wirklich mit dem Timo Becker einen perfekten robusten großen Außenverteidiger der ist ja über 1,90 der Timo mit dem würde ich mich nicht anlegen der hat richtig was drauf und wird euch denke ich auch weiterhelfen man hat gelesen dass er auch das ein oder andere Gesicht in Kiel kennt vielleicht ja sind da auch ein paar Kollegen mit denen er befreundet ist das macht das Ganze dann natürlich auch nochmal aus dass er sich dann doch für Kiel entschieden hat wahrscheinlich auch das Angebot ist ein bisschen lukrativer gewesen ja wird er sich da denke ich durchsetzen und auch eine Stammplatzgarantie haben kann ich mir nicht anders vorstellen also ich gehe schon davon aus dass er da ja auch seine Spielzeit bekommt ich habe ihm auch gesagt es sind immer alle Türen offen er kann gerne wieder zurückkommen jetzt hat er erstmal ja Vertrag bis 2025 unterschrieben bei Holstein Kiel ist ja auch ein geiler Verein muss man einfach so sagen das bedeutet jetzt aber auch für uns wir müssen uns auf jeden Fall nochmal verstärken da in der Verteidigung das ja ist schon so eine Baustelle und auch offensiv vielleicht noch 1, 2, 3, 4 neue also insgesamt unser Kader ist noch ein bisschen dünn besetzt da muss noch was gehen ich bin gespannt was ihr zu den ganzen Themen sagt hoffe es hat euch gefallen lasst gerne einen Daumen nach oben da ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe es gibt noch weitere geile Hansa News in nächster Zeit und jetzt macht's gut ich will nicht mehr viel reden bleibt stabil und bis zum nächsten Mal ein Millionen ich hoffe es gibt noch